ARD Text im Auftrag von Funk Wo soll ich ein Battle? Also nochmal kurz in die Info, obwohl es jetzt schon los geht Alpha Squad in Battlefield ist der Punkt A Bravo Squad ist der Punkt B und so weiter Achtet darauf und ihr könnt sofort einsparen Ihr müsst mich auf den Squad wieder warten Ihr könnt sofort in die Welt eingehen Einsparen und dann gehts los Unterwegs Ja, laufen zu Alpha Aber wir machen was Hier sind schon zwei Stück vor Alpha Vor dem Zug sind zwei Wir kriegen Besuch auf Charity Oh, ich bin bei der Bombe, ich hab die Bombe Ja, wo wollt ihr hin? Hinter den Feind Ich bin auf 34 Bravo Mehr? Sind schon bei Bravo Au, Granate Aber die Bombe liegt direkt da vorne Nein, nein Schade Sam, ich bin da Deck nach vorne ab Nach hinten, die müssen nach hinten abdecken Da ist ein Ich h- die war- die Linz ne Nin, ja Halt sich runde Äääääääääääääääääää квad muss ausdenken Ich bin wundervoll Oh mann, oh mann Eil F**k, die Nerven Der P-R-R-E-K-R-N Aber es gibt Hänke! Aber es gibt Hänke! Naja, aber das ist das Legit! Kann das nicht so sein? Nein, die geht, die geht! Wenn du mich extrem wundern, dann werden die aufstehen! Und alle geht raus mit der Bombe! Viel Glück, was hast du denn? So, jetzt alle bitte sammeln! Jeder spawnt, die Spawks bitte zusammenbleiben und warten, dass die Bombe wieder auftaucht! Oh, scheiße! Nicht so euphorisch! Also, Squad zusammen, gell? Alle bei mir einspannen! Oder anders nicht sterben! Willkommen, Sven! Jo, danke! Meine direkt vor! Jo, ihr seid da ziemlich dumm angekesselt! Ein Bus! Mehrere ist das ganze Squad Squad! Dreckig! Oh nein! Oh nein, die ist ganz im Norden! Die Bombe ist auf der linken Flanke! Alle sammeln! Oben am Zug sind aufwärtig, Achtung! Oben am Zug sind aufwärtig, Achtung! Vorwärts, vorwärts, vorwärts! Alle zur Bombe! Alle, die angreifen zur Bombe! Waaah! Haben die Bombe, die Feinde! Nächster down, nächster down! Aufwärts, machen wir einfach kurz! Autos! Einer Auf Tout constern! Achtung! Oh, die resto sind unsere Bombe, sie machen auch in meinergesetzt haktor. Könnten wir gut aushotzen Im Bus, im Bus, in den Bus Jo, Bus wird beschossen, Bus ist da Achtung, die Tore sind schon wieder Mauern sind gesetzt, also da ist ordentlich feiert Rechts vor allen Dingen ist nicht geschützt, nicht geklärt Scheifen, langsam gell? Ja, wir gehen nicht lang Von dem großen Mauertor, kommst du weg Die sind auf dem Haus, am Dachlauch Die sind laut, die sind laut Vorwärts, 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 an die Bombe, Leute Ja, wir haben zu rechts, go, go, go Warte mal, ich räume mal hinten noch auf Ich pack ne Bieten hin Oh, scheiße, es ist viel Go, 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 go Nice Alle an die Bombe wollen jetzt, ruts Vorwärts, 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 kommt schon Bei einem Quatsch Ja Also bei uns in der Verteidigung ist es noch Der Bombe hinterher, Leute Alle Richtung Bombe Die haben die Bombe Nein, die sind direkt abgefüllt Ich sag das mal durch, die haben die Bombe Wir sind da abgesprungen Direkt auf die Bombe drauf Wollt sie grad aufsammeln, dann kamen die Leute runter An der Hauptphase Die setzen die Mauer bei Alpha Die Schaden Wow Gehen wir auf den C einfach dann mit der Bombe? So, ich hab die Ware, ich hab die Ware An C jetzt, oder? Yo, ich fahr mit dem Quad durch Versuch's denn jetzt Hier, Jai, schwing dich rauf auf die Ich hab das Ding Jo, genau So, Leute, alle den Quad hinterher, vorm jetzt War andersrum Wow, das sagt er einfach Die Bombe nicht zu uns fahren, Vic von unserer Base mit der Bombe So, jetzt geht's Die Bombe Oh Gott Haha Da ist ein bisschen was gelandet Das war nicht Das war ein Hauseschutz Wo ist denn diese scheiß Bombe hier ab? Sorry Bike Quads richtigen hier Schung Alpha, die Schung Alpha bitte Ja, das stimmt Ich bin direkt zu groß und dann wird zu seinem Tower Ich will nämlich jetzt verarschen, du schiffst ja nicht Das ist halt ja alle dumme, oder? Kann sein, klar Leute, kommt schon Alle nochmal konzentrieren Das hat beim ersten Mal super geklappt Sie gehen drüber zu Sparen Die wollen auf Bravo gehen Oder auf C Was ist das? Ne, ganz rechts C ist das Da fokussiert es mich drauf Da ist gleich redlich Alarm im Daumen Sehr genau, Charlie Ja, einer ist da Hinter der Bombe hinterher Kommt schon Oh, wie sieht da alle vom Zug aus Scheiße Das können wir nicht halten Was zum Henker, man? Die sind alle da? Ja 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 Das ist der Kärchen Können wir nicht halten Wir können wir nicht halten Fritieren, glaube ich Nichts Fuck Fuck Auf die Bombe Auf die Bombe Oh nein Nein Weg mit Weg mit Weg mit Weg mit dem verfickten Kackding So Jeden hat die ganzen Zeit 握 Ach du Scheiße innen Aber die Bände ein bisschen rausführen Na Bin dann leider verreckt Ohöö Alle zurück sind Warum sind die Bombe Hinten, hinten, hinten Du hast ja ganze Horde von den Homos. Die Mörserdinge angesnackt. Nee, diese Kack-Mörser. Wie können die so viel versagen mit Mörsern abschneiden? Die Junde schützen mich hier! Komm, komm! Ja, dann auf geht's. Ich kann zwar nicht spawnen. Jetzt bin ich da. Headshot, Junge! Headshot! Oder so. Der hat mir Headshot gegeben. Leute, kommen wir erst an an den Speck jetzt. Oh, Speck! Die Bombe! Wo ist die, Schatz? An den Gleisen entlang. Ja, vor mir! Nein! 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 Ja! Ran an die Bombe, jetzt! Oh, es sind zu viele wieder auf... Oh, es sind zu viele wieder auf... ...denn alle wieder auf... ...auf... ...Fucking Charlie. Da müssen die Leute, die jetzt da bei Alpha sind, ...direkt hier rüber. ...und wir verkacken was wieder. Leute, ihr könnt das Squad benutzen, wo halt der Punkt brennt. Also, wenn's bei Charlie brennt, könnt ihr in das Charlie Squad eingehen... ...und da es vor... ...und wenn ihr den zu weit weg seid... ...genützt es, dazu machen wir das auch. Das ist zu viel, das ist einfach zu viel. Das ist zu viel, das ist einfach zu viel. Ich sehe mal, dass der Kerle um den Tod ist. Ja, warum? Komm, komm, komm! Das ist jetzt wieder, aber... Beide, okay. Die Mörser zerfetzt sich. Ja. Das ist das Schlimmste, was hier gerade kommt. Ein... Ja, kann sein. Ja. Ja, dann mach's. Druck auf die Bombe! Schieb die Bombe in deren Base! Alles klar. Da ist ein Mörser... ...vertürt, du hast ihn übersprungen, aber er ist ja zerstört. Ja, da waren wir gegen nach vorne. Ich fang zurück auf den Kammern wieder weg. Hey! Hey! Vorsicht! Wir sind im Gardon gezogen. Das ist gemarkt. Im Zug oben haben wir ihn vorn bieten. Auf Höhe von Schaden. Ja, wir haben die Kissen gemacht. Ich mach jetzt erstmal wieder auf. Ich auch. Da ist mal einer drin, da ist mal einer drin. Da ist mal einer drin. Oh, Bombe! Dreh die. Die Gegner aus. Na? Boah, ich hab wenig Schuss. Ich glaube, ich muss mal wieder... Halt an die Boppe, jetzt kommt schon! Boah, das Ding muss weg! Das ist noch nicht wieder, ey. Hinterm Haus! Irgendwo ein Fahrbarer Untersatz. Ne, ne? Ich laufe erstmal... Ich laufe erstmal weg von Charlie Richtung Mitte. Oh, Alpha, Charlie. Weiter, 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 weiter! Kommt schon! Ich fahre nach Alpha, wenn die Gegner sind. Ab auf den Watt am Start. To Alpha damit, sehr schön! Jojo, jetzt hier weg, bleiben die gehen. Alle Richtung Alpha! Alle, die keinen Richtung Alpha! Ich weiß nicht! Wart sie, flut sie, Watt gehört! Alle Richtung Alpha! Ich fange hier an. Da, bin da. Oh, scheiß der Gang. Na, na, na. Oh, Kessel! Ja, aber nicht lange. Ich glaube, ich steige auch auf MG4 bald um, hey. Das geht auch weiter. Ja, ich habe auch die Aktion ausgepackt, auch was zum Abbrennen. Abspringer über uns. Wir haben's vor einem Weg im Container... ... im Hellboot, ne, ich glaube, hinterm Container. Was hast du gesagt, Render? Was hast du gesagt, Render? Ich bin gerade verstört, aber... Nee, das ist ja meine da hinten bei... ... Schaden. Da haben sie meine verstört. Ich fahre ihn doch da. Wer fliegt irgendwie, dass ich bloß da rum? Hab schon vor, Matt! Alle, wir drücken jetzt auf! Komm mal nach Alpha, Leute, komm! Bis lauten! Ich kann nicht wohnen, da. Ich kann kaum schlafen. Wir haben ja nichts... Ah, voll wie krass. Wir sind so weit weg! Ey, komm! Ist vor einem Weg wohl? Haben wir ihn... ... vor einem Weg bei den Feind-Bomb-Packen, oder was? Was ist das für ne Frage? Da hinten liegen so die Drecksäcke. Wo? Nagelklubfest. Also wenn du dich über Mörder abgeschrieben hast, dann sind wir alle so Dreck ab. Es gibt immer einer von den Leuten. So ist es immer einer von uns. So ist es immer einer von uns. So ist es immer einer von uns. Achtung. Sie fahren auf dem Jeep. Achte da oben. Der kommt durch die Mitte der Jeep. Die Bombe durch die Mitte. Die haben schwierig die Bombe. Die haben die Bombe aber der ist alleine. Hatte ja nicht schaffen. Wir müssen einfach Gegendruck aufbauen. Dass die nicht nach vorne hin kommen. Das wäre nice. Da gehen gerade extrem viele. Bei der Mitte der Jeep. Die sind wieder auf den Quiddag so umeinander. Die kommt jetzt die Mitte. Jetzt aber drehen sie um und gehen alle wieder zurück. Hinter uns sind auch Gegner. Okay Charlie ist wieder extreme. Die haben Bock. Wo hängt denn schon wieder dieser gamle gefliegende Toaster? Ich weiß nicht. Doch ich hatte hart angeballert. Ich hab ihn an. Ich hab ihn an. Oh Gott von den Gleisen her. Richtig viel Ramazamba. Oh ja. Oh ja. Hey ich glaub's ja nicht. Von wo werd ich das hier angefangen? Oh es hat hier auch noch Charlie. Auf die Sankern noch. Hey ich hab ihn an. Da hat nicht zu sein. Dann hast du nach Hause. Das Ding muss jetzt. Oh scheiss. Letztes... Ich hab das Ding. Tock 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 Tock. Oh ich... Achtung wer hat man gekommen. Wow. Ich glaube sogar 10 Millionen Leute. Immsgack. Achtung, jetzt gerade geht er die Bombe, gerade geht er die Bombe, Achtung! Puh, Pforte! Aufstieg, er ist dran, habe ich! Erfolgt, drei Mann jetzt! Diese Luft hat doch immer alle im Endeffekt! Komm, jetzt alle an die Bombe, endlich kurz vor C! Alle Mann jetzt runter! Hier oben da haben wir, wir bauen durch! Trait! Juhu, raus da! Die Bombe ist wieder durch die Mitte! Achtung, Bomm, ihr kommt direkt vor dir! Bomm, ich meine, wir sind bei Alpha! Scheiße! Alpha! Die Bombe ist in der Mitte! Die Leute, alle Mann jetzt vorrücken, ihr müsst wechseln! Wobei, die Masse verschifft dann nicht, die macht immer noch Druck auf Charlie! Sonst bringt sie! Die Bombe ist gedroppt! Wenn wir jetzt alle auf Bar gehen, dann passt das! Die sind alle noch da hinten! Oh, shit! Oh, danke! Sorry! Ich hab Platz! An die Bande, Leute! Spricht gleich hinterher! Alle Richtung! Alter! 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 Wir müssen die Krackbomben, oder? Die sind dahin! Nicht vergessen, dass es verloren ist! Wir haben die Bombe! Dann haben wir zu! Oh, ja! Das stimmt! Guck mal bei mir dann! Wie bitte? C ist relativ sauber, hat er gesagt C ist sauber, hat er gesagt C ist sauber, hat er gesagt Boah, mein Team ist das Ein paar Alpha sind passiv in den Gegend, die sind aus wie der Power wieder Stehen wir in den Gegend Inklusive Mörser und allem, was dazugehört Was? Jetzt werde ich im Urkamm der Gegend Ich seh die Bombe nicht Nein, 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 nein Die lösen von uns, das muss der jetzt durch Ah! Haben! Wow, da sind noch mehr, da sind noch mehr Im Gang Und jetzt sind noch mehr vorliegen Alle, alle nicht Alle machen den Weg Sehr schön Jawohl Oh Sehr schön, ne? Der letzte Punkt Boah, Alter, jetzt haben wir Was sollen sie, dass sie die Bombe da nicht haben? Die Bombe ist mit der Lade Ich lasse das nicht Ein kleines Specials von der Lade ist Bei! Einfach mit der Leute, Achtung! Ach, voll Adrenalin Helfer? Einfach mit der Lade ist mit der Lade Oh, dann lass sie doch Okay Immer gegen die Mord Ach, der ist er Ach, der ist er Bumbe Der kann mit einem G4 Wir haben die Bombe, Bombe oder Pahela? Wir haben die Bombe Bumbe rechts Achtung Ihr sollt alle in der Bombe hinterher, Leute Kommt schon, die Bombe darf nicht alleine gehen Jeder hat mal ins Bombe liegen können Das hört jetzt richtig für uns, Alter Ich brauche die Scheine ohne Wir haben das Bombe ins Gewinn jetzt Ich bin gerade alleine Ja, aber Ich bin tot Ich bin 50 Meter hinter dir War bei dir, aber es geht nicht Er liegt auf dem Boden Wir haben die Kragen Hier Ja, ich sehe sie Die Spawns werden weg Ja, so The fuck Die Spawns werden instant vernichtet Was? Komm, Leute Ich will keinen mehr sehen Alle hier hin Alle, die angreifen, angreifen An die Bombe Ich sehe es zum Mundschwub Das war ein Geil, das Ich habe gar nicht gebrochen Ich bin da Du weißt mit ein Gegner durch Das Strip Ich hoffe Ich muss irgendwie Achtung, wenn ich mit dem Ich habe mit dem Ich bin ein Ich bin ein Ach, nein Ein Ich bin ein Ich bin ein Oh, Schatz! Ah, Mann! Fuck, Mann! Oh, Scheiße! Nein, da ist ein ganzes Brauch weg! Ah, echt! Wir müssen es raus! Schau, Smokes, bitte! Haben wir noch unsere UCAF-Squad bereit, oder? Weil die... Ja, alle zusammen in den Hof rein! So, Leute! Bitte alle erstmal sammeln, dann drücken wir alle links durch den schmalen Gang. Boah, das vorliegen mich. Das geht so. Als ich hier umwerfen... Das ist meine Ecke! Wollen wir, das war ein Teamkirch? Ach! Haube hin! Nein, ich hab mein Strombar gemacht, Leute! Häh! In der Ecke hängen sie! An deren Eiferpunkt ist alles voll mit Minen und Co! Hä? Hä? Die wollen wir, glaube ich, mit Charlie rüber! Hä? Halten die Bomben! Alle jetzt flankieren! Alle zur Seite! Komm schon! Verlegt euch zu rum! So, verlegst du Charlie! Die kommen da nicht weiter! Ja! Charlie oder so! Ja, Charlie! Ich bleibe auf den Weg! Ja, Charlie! Ich bleibe auf den Weg! Ja, wir campen uns irgendwo ein! Lieber campen uns! Oder fangen wir sie auf den Weg nach! Hier kommt Squad! Dann, die sind ja ganz hinten berücksichtigt! Jo! Die warten! Die sind schon damit... Da sind schon viele! So! Bamba! Ja, ich werde schon angebomben! Los! Oh, Schock! Okay! Die Bombe jetzt drauf jetzt! Wir müssen los! Denkt an den Rauch! Und rein wasch da mal durch! Dann rein raus! Rauch! 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 Ich komm jetzt! Oh Gott, ey! Alter! Ja, man, lass doch mal aufsteigen! Also der Großteil, deren Sparmbings ist hinten Richtung... Ähm, Conquest Echo! Oh, die waschen durch! Jo, jo, jo! Oh! Oii... Was ist denn mit deinem? Ach, was er hinter ihnen? Hahaha! Die Bombe muss weg! 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 Ui! Sie haben das hier! Ein Quad! Eine Bombe rein! Alex, muss organisieren mal wieder einen Quad, das die Bombe abholt! Linke Seite, kommt wieder was nach Alpha! Boah, da ist ein Feind hinter unserer Linie gewesen noch, ey! Still, bei Alpha ist noch einer! Ja Irgendwie sieht man das immer gut, wer hat es verlangt Haha Welche Richtung ich soll? Wo kam ihr denn her 2 Quatsch stehen am Tower, ich schnapp die ganze Die brauchen nicht mehr Tati, Jungs, macht was? Ja, ich fang... Ich leuchte da noch weiter, wir sind nicht abstand Ja, sehr schön Ja, dann werden wir ein bisschen noch spawnen gegen uns Alles voll Wir sind hier, also holt euch die Scheißbombe Ich fang Ich fang Komm schon Leute, das kriegen wir Sehr schön Und... Ja, wenn ich mehr willst Hier geht, soll ich auch hoch bleiben? Ja, ich geh hoch Ah, komm schon Spawn Jo, ey Was ist das? Wie hält die mehr? Ab zum Mittag Äh Wie wird denn... Pass auf, du musst mal zu A geben Pass auf, du musst mal zu A geben Und jetzt... Fällt kein Guck mehr Ich war eben schon die ganze Zeit online Ich hätte ja nichts mehr Ich hab... War A einiges verstört und das war's dann Nein, schau'n Sein... Die Sonne Bombe, 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 bleiben zu So... Halt die Bombe, Leute Ran an den Speck Achse Ja, da ist Deckung Ich muss erstmal Ais-Move Ich muss sicher sein Schnapport Mann, das ist ja auch eine Straße Unschall Achse, mein Schnapport Schnapport Ah, fuck Nein Oh, da ist schon mal die Bängergebiet drinne, Alter Ach, was kugelst du eigentlich wieder von der Hand, ne? Ich... Mach ihm den Robo dran Aufwand Leute, kommt dran an die Kombi jetzt Fuck Fuck Wieso snacken so... Die Bixer Zehn Minuten muss meine Scheiße aushalten Leute, jetzt formiert das mal Jetzt kommt, Leute Jetzt kommt, Leute Fuh Alex, ihr müsst ein bisschen formieren Jetzt kommt Geht's fail Ah, der AG hat schon schon was anderes Ich hab die Schräger auf 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 Ja, weil man bedenkt, dass die da Ein bisschen spawnen bleiben Aber das ist ja Ich hab die Schräger auf Ich hab die Schräger auf So jetzt alle an die Bombe ran Mach sie sich mal ein bisschen da an Ah, ich seh nix Ok Indeed Wo ist denn dieser Kerl an der Scheiße zu? Äh HÉ Ok Okay, Vorsicht nachher zukommt Dieses Scheiß-Spiel! Leute, ran an die Bombe jetzt! Komm schon, Leute, jetzt mal die Scheiße! Hochgranaten und vorwärts! Mitte, Militärtransporter, Radio Joa, jetzt nicht mehr, haha Ja, übel, gell? Ja, klar, wir filmen, wenn wir das Feuer von vier Leuten auf einen konzentriert Quatsch stoppen! Quatsch stoppen! Quatsch stoppen! Let's go! Ah, Scheiße! Ich geh rechts, ich geh außen rum, zu braun Fuck! Schrauben! Ich bin irgendwo angekommen, die Feuerwehr zu dir! Fahnen wir auf den Leger! Ja, das ist der Schwachsinn! Er fährt nicht grad, Stammtisch gefahren! Passt auf, die linke Flanke beeinträchtigt! Nein, da kriegt es ruhig rennt! Sagt ihm das ganze Team, das Team soll vor und wir steichen dann rein! Oh, mach! Schön! Geht ab mit dem Ding! Da, die Spong wieder! Die Spong wieder muss weg! Ja, da, die Spong wieder muss! Die Spong wieder muss weg! Ja, das was wir machen müssen! Jungs! Ja, da haben wir was, aber... Ja, da haben wir was, aber... Ich hab richtig jubeln grad. Ich glaub, wenn hier Fein um die Bombe ist, da muss ein Team hinter und die ganzen Immersers-Typen pinchen. Achso, ein Team. Ihr müsst jetzt nicht drücken. Er will mehr Speck haben. Hatten Spaß, geht mir auch. Ich geh die MDR 4. Ich glaub, jetzt ist bald ein MG4-Teil. Überlegst du noch? Mir geht die MDR 4 aus. Der ist laut. Es geht noch Kälter mit dem MG4. Ja. Von hier. Wir sind da. Eingekesselt. Oh, aber die gehen da draußen. Ja, wer muss das denn? Ich hab den kleinen, Alter. Wir holen aus dem Squat. Aber wenn du kurz wachst zum Auto. Genau, ein mein Tank wurde hier. Oh, ab. Nice Squat. Da kommen wieder ein paar auf jeden Fall. Wow. Genau. Nein, da mehr. Haha. MG4 ist echt lustig. Hahaha. Die laufen hinten rum. Die laufen außen rum. Die Drohne läuft da ganz gechillt, Leute. Kommt. Hahaha. 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 Ja. Ja. Z-Z gibt es auch im Sinn. Kann man weh die verdammten Mörser mit der MW unschalten? Oh, zwei Mann raus. Und schlanzen. Ja, lauf doch Richtung Charlie, Gegner. Ist doch gut. Ah, zwei Headshots. Drei Headshots? Jawoll. Habe ihn. Habe ihn. Wow. Das Quark hat sich so gefahren. Der ist eine halbe Stunde später. Äh. Die Tour haben wir vorher rausgebracht. Die Feinde verschieben wieder Richtung. Äh. Die haben. Denken sie langsam mit. Schlimm zurück. Das ist. So eine Feuerwehr. Ja. 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 Ich bin noch direkt hinter ihm. Ich bin noch direkt hinter ihm. Ich bin noch in seinem Hintern. Ja, los. Da sind immer noch gegen eine Bombe. Ja, die kommen gerade alle runter von da oben. Wo ist das? Die Gegner. Vorwärts, Konton. Oh, die Hälfte von den Semi-Mingen haben wir überstanden. Ja, ja. Die Wechsel auch wieder auf die Skada. Treff ein bisschen besser. Oh, da schallt er. Ja. Wie wahrscheinlich immer. Oh, mein Gebrauch ist ein Gegner, warum wird die Kette weggehen? Mein Keiner passt auf, ey. Okay, vorwärts, vorwärts, vorwärts sind der Bombe. Oh, das Ding ist rot. Der Marker Der Marker Beim Bus, extreme Konzentration beim Bus Ja, absolut, 200 Schuss Noch einer beim Bus Noch einer beim Bus Noch einer beim Bus Aber noch 2% Hinter uns K*** Da war er Auf die Platz Die Leute, schiebt Schiebt die da rein jetzt Schiebt die da rein Schiebt die da rein Schiebt die da rein Brakes noch verallt Oh, scheiße Das geht nicht Oh, drive, sorry Ja, passt Ja, dauert, oder? Ja, hilft doch Endlich Schieb 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 Ich seh nichts gegen Rauch Alles zugeraucht Rauch an die Bombe Jetzt kommt Weinrekord, niemals Nicht reinlaufen Den hab ich gehabt Schieb 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 2 Minuten Schieb 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 Kommt schon Eine Minute noch Das sind richtig viele Angriff ist die beste Verteidigung. 50 Sekunden, kommt schon. Die haben richtig offensiv respondbar. Ich sehe keine Gegner, alles ist eingeraut. Oh, dann ballern wir noch drauf rum. Da kam es ja, dass ich hier drauf bin. Vor dem Eisergebäude ist alles voll. Nein, das fliegt nicht. Das fliegt nicht. Ohne 30 Sekunden. Ja, ohne das auch. 23 Sekunden. Stell dir einfach mal C4 an die Bombe. Kein Schlein. Das Windu hockt hier irgendwo mit dem Muff rum. Keine Ahnung, wo das Ding hockt. Aber da hat immer meine Slams auch weg. Das Muff nicht direkt über... Das Muff hier, das Muff hier. Das Muff hier. GG. Komm schon, na komm schon. Diese scheiß... Diese scheiß Leuchttteile, die sind so gut. Super Leute. Das ist ja ne Geile. Ja, all chill. Das kann ich ausführen. Puh, wurde doch noch aufregend in der Verteidigung. Haben wir das Ding jetzt eingenommen oder nicht? Verdammt. Ja. 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 Ja.